Hallo zusammen, ich bin Marina Weisband und ich bin aus der Sowjetunion stämmige, gläubige, nicht-religiöse Jüdin. Und das ist Elia Havemann. Ich bin nördlich von Tel Aviv in einem kleinen Ort, der nennt sich Ranaana. Ich bin sogenannter modern-orthodoxer Jude. Und wir beide haben uns zusammengetan, weil ihr mir auf Twitter ganz, ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Judentum gestellt habt. Als ich den Fehler gemacht habe zu fragen, hey, was könnte ich in einem kurzen kleinen Video noch über das Judentum erwähnen? Und die meisten eurer Fragen drehten sich um das Thema Religion. Und ihr hattet ganz viele Fragen zu Sitten, von denen ihr mal gehört habt oder zur Weltanschauung. Und wir haben uns vorgenommen, sie alle zu beantworten. Also Elia, bist du bereit? Ich bin bereit. Here we go. Ja, wir glauben an die kommende Welt, an Ulam Habar. Und wir wissen aber nicht, wie sie aussieht. Es ist nicht so richtig zu vergleichen mit dem Paradies für die Christen. Wir haben auch keine Hölle. Und wir glauben, dass in der kommenden Welt alle wieder leben werden. Und zwar auch nicht nur Juden, sondern alle, die in ihrem Leben Recht schaffen und aufrecht waren. Nee, alle. Punkt. Alle Punkt. Auch die Bösen. Alle Punkt. Auch die Bösen. Weißt du, warum wir elf Monate lang Kaddisch sagen? Für die Bösen. Elf Monate Kaddisch. Kaddisch ist das Gebet, das Trauergebet auf Aramäisch übrigens, nicht auf Hebräisch. Was Hinterbliebene sagen, wenn einer ihrer Liebsten stirbt. Und das sagen sie elf Monate lang. Und dann jedes Jahr einmal zum Todestag. Und die elf Monate ist deswegen, weil die schlimmsten Sünder kommen nach elf Monaten in die kommende Welt. Und dieses Kaddisch ist sozusagen die Bitte an Gott, diese Zeit abzukürzen. Und das heißt, die Rechtschaffenden kommen sofort. Davon gibt es aber so gut wie keine. Und die allerschlimmsten Sünder nach zwölf Monaten. Aber die gibt es auch nicht. Und deswegen hören wir nach elf Monaten auf. Das heißt, elf Monate ist daher die Grenze. Und nach elf Monaten kommt selbst Mörder, Kinderschänder, you name it. Alle kommen in die kommende Welt. Wie nennen Juden ihren Schöpfer? Haben sie verschiedene Worte? Wir haben so viele Worte. Wir haben die besten Worte. Wenn wir Slichot lesen, habe ich eine ganze Seite im Gebetbuch an Namen für Gott. Unglaublich viele Namen. Ja, aber der Hauptname, den wir benutzen, ist Hashem. Und Hashem heißt wiederum der Name. Das heißt, wir sprechen den Namen eigentlich nicht aus. Es gibt ja die Zeugen J-Punkts. Ich spreche den Namen nicht aus, weil dieses Wort ist das, was wir auf keinen Fall sagen. Ihr werdet auch häufiger finden, dass religiöse Juden das Wort Gott nicht ausschreiben, sondern G-Apostroph-TT schreiben. Auch das, um nichts überflüssigerweise zu schreiben. Naja, wenn Gott ausgeschrieben ist in der Jud-K-Wav-K, also die hebräischen Buchstaben, dann darf man es nicht an profane Orte bringen. Und da ich möchte, dass man mein Buch auch auf dem Klo lesen kann, weil Klo-Lektüre ist ja immer die beste Lektüre, habe ich hier auch Gott immer abgekürzt. Wie ist der Anteil praktizierender Juden in Deutschland? Das weiß man nicht genau, weil es dazu nicht exakt Erhebungen gibt, aber er ist sehr, sehr klein. Und das hat unter anderem etwas damit zu tun, dass die meisten Juden in Deutschland heutzutage, wie ich, Immigranten aus der Sowjetunion sind, die größtenteils ohne Religion aufgewachsen sind, einfach weil Sowjetunion. Und es ist tatsächlich so, dass hier in Münster, glaube ich, von 800 Leuten, die in der Gemeinde Mitglied sind, ja, so wöchentlich, wir gucken immer, dass wir unsere zehn Männer zusammenkriegen. Ja, in Hamburg, was ja eine größere Gemeinde ist, da haben wir normalerweise die zehn Männer zusammenbekommen, am Schabbat zumindest. Aber von diesen zehn haben auch nur ein Bruchteil tatsächlich Schabbat gehalten. Also die meisten sind mit dem Auto gekommen und wieder gefahren. Das heißt, die waren so wie du, die haben an Gott geglaubt, aber waren nicht religiös. Was sind die höchsten Feiertage und was feiern sie? Der höchste Feiertag im Judentum ist der Schabbat. Und das ist etwas, was Leuten nicht so bewusst ist. Wir haben unseren höchsten Feiertag wöchentlich. Und Yom Kippur ist der höchste Schabbat. Also der allerhöchste Feiertag. Und der ist einmal jährlich. Genau. Das Wort allerhöchste hat man euch bestimmt in der Grundschule schon erklärt. Man kann ein Superlativ nicht noch mehr superlativisieren. Wir können das. Wir haben einen höchsten Feiertag und einen allerhöchsten Feiertag. Und der wichtigste Feiertag allerdings ist Pessach. Weil Pessach ist quasi die Geburtsstunde des jüdischen Volkes. Der Auszug aus Ägypten, den wir dort feiern, ist das. Vorher gab es keine Juden. Vorher gab es Hebräer. Und deswegen glaube ich, dass Pessach der wichtigste ist. Es gibt grundsätzlich halt Feiertage, die Chagim genannt werden auf Hebräisch. Das sind die, wo man nicht Feuer machen darf und nicht arbeiten darf, wie am Schabbat. Und dann gibt es Feiertage, die anders sind, wie zum Beispiel Purim oder Chanukka, die nach der Tora dazugekommen sind. Und an denen darf man Feuer machen und so weiter. Und das sind dann die niederen Feiertage. Was ist der Unterschied zwischen Tempel und Synagoge? Also für die meisten Juden in Deutschland ist der Tempel tatsächlich das Haus Gottes. Und der zweite Tempel wurde zerstört. Und Tempel ist etwas Heiliges, während die Synagoge einfach der Ort ist, an dem man zusammenkommt, um gemeinsam zu beten. Und die liberalen Juden in Amerika nennen ihre Synagoge Tempel. Und deswegen ist die Frage wahrscheinlich auch gekommen, weil es gibt Tempel und Synagogen heute, viele Tempel. Und das ist auch einer der wichtigsten Unterschiede zwischen liberalem Judentum und dem orthodoxen Judentum. Wir hoffen darauf, dass der Tempel wieder eröffnet wird und wieder gebaut wird eines Tages. Und die Liberalen wollen das nicht und nennen deswegen ihre Gebetsstätte Tempel. Reden wir über Hüte. Leute wollten viel zu Hüten wissen. Warum trägt man eine Kippa? Man trägt eine Kippa, um Demut gegenüber Gott zu zeigen. Dass man sozusagen zwischen sich und Gott, der ja, naja, nicht in Wirklichkeit, aber so gefühlt oben über einem steht, eine Barriere macht und sich selber nicht erhöht. Ist auch übrigens sehr interessant, weil es ist ein großer Unterschied in der Kultur zwischen Juden und Christen. Christen, wenn sie die Kirche betreten, nehmen sie den Hut ab. Und wenn wir die Synagoge betreten, setzen wir den Hut auf. Und wer meine Synagoge besucht, man muss keine Kippa tragen. Man kann auch ein Basecap nehmen. Man kann einen Hut nehmen. Es ist egal. Hauptsache, der Kopf ist bedeckt. Wann wird welcher Hut getragen, zum Beispiel die in Pelz? Und wie werden die bezeichnet? Wer trägt welchen? Der Pelzhut, das ist der sogenannte Stremel. Der wird am Schabbat und an Feiertagen getragen von einer gewissen chassidischen Gruppe, die ihren Ursprung in Osteuropa hat. Das war damals eine Art und Weise, sie lächerlich zu machen. Und das haben sie als Tradition einfach aufgenommen. Hat also keinen allgemeinen jüdischen Hintergrund, sondern ist wirklich nur diese eine Gruppe. Allerdings ist diese Gruppe relativ groß und in Israel ist Pelz grundsätzlich verboten. Man darf hier keine Pelzklamotten tragen. Der Import von Nerzen und so weiter ist verboten und der Besitz auch. Und für die Sträme, es gibt es eine Ausnahme. Was genau hat es mit dem schwarzen Kästchen und dem Band beim Gebet auf sich? Ja, ich habe das hier. Ich bin ja vorbereitet. Sehr gut. Als hätte ich dir verraten, welche Fragen kommen. Ja, ich habe hier so eine Excel-Tabelle. Sie ist lang, sie ist zu groß. Also man bewahrt diese Kästchen in so einer Samttasche auf. Da steht auch drauf, manche haben ihren Namen da drauf gestickt. Hier steht einfach nur Tfilin, was das hebräische Wort für diese Kästchen ist. Und die sind in so einem Plastikgehäuse eingepackt, um sie zu schützen. Okay, und werden dann so rumgewickelt. Jeder Jude hat seine eigene Wickeltechnik für die Aufbewahrung. Und da ist dann dieser Kasten drin. Und dieser Kasten, obwohl er so scharfkantig ist, ist komplett aus Leder. Und in diesem Kasten, man kann das hier öffnen, also wenn man es öffnet, muss man es danach wieder nähen. Also das ist nicht einfach zu öffnen. Ist eine Pergamentrolle drin, wo das Schmar-Gebet draufsteht. Das Schmar, das heißt Höhere Israel. Was das wichtigste Gebet im Judentum ist. Und in diesem Gebet steht auch drin, dass man diese Dinger tragen muss. Ich habe übrigens ein Foto, vielleicht kann ich dir das schicken, dass wir das einblenden können, wie die von innen aussehen. Dann könnt ihr das mal sehen. Ich packe das mal wieder ein mit meiner eigenen Wickeltechnik. Wie steht es im modernen Judentum um Gleichberechtigung und Emanzipation? Oh Gott, sehr komplexe Frage. Wir könnten dazu ein eigenes Video machen. Es gibt im Judentum feministische Strömungen. Es gibt im liberalen Judentum auch Frauen, die die Torah lesen. Und es gibt Rabbinerinnen. Gleichzeitig ist per Text die Geschlechtertrennung ziemlich eingemauert. Und es ist kompliziert. Ich glaube, dabei belasse ich es. Das ist kompliziert. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel über Feminismus geschrieben. Und das war eines der schwierigsten Kapitel, die ich geschrieben hatte. Es gibt da noch viel zu tun. Allerdings gibt es auch orthodoxe Rabbinerinnen. Das gibt es durchaus. Die Töchter von Rashi haben auch Tfilin getragen, die wir eben gesehen haben. Also, es gibt da noch viel, viel Möglichkeiten, die die Halacha erlaubt, wie man die Geschlechtertrennung aufweichen kann. Aber sie wird natürlich immer da bleiben. Was für mich persönlich wichtig ist, ist, dass, auch wenn es keine Gleichberechtigung im Sinne, wie er eigentlich sein sollte, gibt, gibt es dennoch eine Gleichwertigkeit. Zumindest in den Gemeinden, in denen ich unterwegs bin. Und da gibt es noch viel zu tun in den ultraorthodoxen oder charedischen Gemeinden. Viele von euch haben wahrscheinlich unorthodox gesehen, die Serie, die übrigens nicht repräsentativ ist für das Judentum. Allerdings sehr dokumentarisch für das, wo die Dame herkommt. Und das sehe ich mehr als gesellschaftliches Problem und weniger als jüdisches Problem. Aber diese Gleichwertigkeit ist halt wichtig, meiner Meinung nach. Und ihr dürft mir wirklich gerne widersprechen, wenn ihr sagt, eine Gleichwertigkeit ohne Gleichberechtigung kann es nicht geben. Und ich rede mir ein, dass es das doch geben kann. Wie unterscheiden sich ultraorthodoxe, orthodoxe, gläubige, praktizierende und kulturelle Juden? Wir sind ja ein schönes Beispiel, oder? Ja. Also du bist modern-orthodox und ich bin nicht religiös, aber gläubig und kulturell Jüdin. Nennen wir Massorti. Ja. Genau. Also es gibt 10.000. Ich glaube, es gibt so viele Arten, die jüdische Religion zu leben oder nicht zu leben, wie es Juden gibt. Wahrscheinlich mehr, als es Juden gibt. Ja, manche Menschen sind, haben doppelte Identitäten. Ja, also der wichtigste Unterschied ist halt, dass man bei den ultraorthodoxen das äußerlich sofort erkennt. Und bei den modernorthodoxen wie mir eben nicht, solange ich meine Keeper verstecke. und obwohl wir theologisch relativ nah beieinander sind, bis auf die Sache, die wir eben besprochen haben mit Wertigkeit von Frauen und so weiter, haben wir natürlich schon Unterschiede, aber sonst sind wir, also ultraorthodoxe Menschen würden bei uns in der Synagoge beten und wir beten bei ultraorthodoxen, während ich in einer liberalen Gemeinde nicht beten würde, obwohl die genauso aussehen wie ich. dass die Unterschiede sind, also die optischen Unterschiede sind weniger wichtig als die inhaltlichen Unterschiede. Das normale jüdische Leben und das orthodoxe Juden. Wie sehen sich die beiden gegenseitig? Und gibt es noch verschiedene andere Gruppen in Deutschland? In Deutschland musst du sagen, ne? Ja, ich würde sagen, also in Deutschland sind die allermeisten Juden, obwohl sie in sogenannte orthodoxe Einheitsgemeinden gehen, ja, ich gehe in eine orthodoxe Gemeinde, sind nicht orthodox. Es gibt ein paar orthodoxe Gemeinden in Deutschland, also die man auch wirklich von außen sieht, aber die allermeisten sind nochmal. Ich glaube, so aus unserer Sicht sind wir einfach nur alle froh übereinander, dass wir da sind und dass wir leben. Ja, also es gibt eine innerjüdische Mission, dass man versucht, nicht-religiöse Juden wieder zum religiösen Judentum zurückzubekommen, aber im Grunde genommen akzeptiert man sich, wie man es ist. Gibt es heute in Deutschland noch viele Juden, die die Tora wörtlich nehmen? Meine Antwort wäre, widersprich mir bitte, wenn ich falsch liege, dass die Tora von niemandem wörtlich genommen wird, zumindest der schriftliche Teil, weil ja zu dem wörtlich nehmen noch die Auslegung gehört. Zum Beispiel der Grund, dass Juden milchiges und fleischiges trennen liegt im Gebot, du sollst das Kalb nicht in der Milch deiner Mutter kochen, was definitiv ausgelegt werden muss. Und viele der Geschichten aus der Tora werden eben auch nicht so verstanden, dass sie eins zu eins passiert sind, sondern sie werden ausgelegt und sie stehen als Metaphern für etwas. Ich will dir gerne widersprechen. Die Geschichten werden in orthodoxen Kreisen als wahr angenommen. Das heißt, die Geschichte um Abraham, Jitzhak und Jakob und wie sie nach Ägypten und so weiter, das wird als wahre Geschichte gelesen, wörtlich, wie sie dort steht, wenn es darum geht, wie die Gesetze zu interpretieren sind. Da steht drin, dass wir jemanden, der nicht Schabbat hält, den müssen wir umbringen. Und das machen wir nicht. Das machen wir auch schon, das haben wir eigentlich noch nie wirklich gemacht. Und das liegt daran, dass wir eben die Tora bealepä, also die mündliche Tora, hinzuziehen müssen, die die Gesetze aus der schriftlichen Tora erklärt und einordnet und eben sagt, dass zum Beispiel das Töten von Leuten, die keinen Schabbat halten, ja, keine ernste Option ist, sondern dass das wirklich einfach nur unterstreichen soll, wie wichtig ist es, das Schabbat zu halten. Und insofern stimme ich dir zu. Natürlich braucht man die Interpretation. Die Interpretation bezieht sich auf die mündliche Tora in den meisten Fällen. Aber die Geschichten werden durchaus als Wahrheit betrachtet im orthodoxen Judentum. Es gibt dann halt den Konflikt, wie alt ist die Erde? 5.786 oder so Jahre oder sind das irgendwie doch ein paar Millionen? Und die Wissenschaft kann ja durchaus nachweisen, dass die Erde etwas älter ist als 5.800 Jahre ungefähr. Ich persönlich sehe das dann so wie parallele Wahrheiten, die parallel existieren, wie zum Beispiel es liegt eine Welle oder ein Partikel. Die Wissenschaft sagt ja und so sage ich, ist die Welt 5.800 Jahre alt oder ein paar Millionen und ich sage ja. Ich hoffe, das war lehrreich. Wir haben, um alle eure Fragen zu beantworten, noch weitere Videos geplant, zum Beispiel rund um die jüdische Kultur, den Umgang mit Juden, den Besuch von Synagogen und das große Thema des Antisemitismus. Wenn ihr mehr über das Judentum erfahren wollt, habe ich euch unten in die Beschreibung eine Linkliste gepackt. Da könnt ihr nachlesen und ich habe außerdem in die Beschreibung einen PayPal-Link für diese Miniserie getan. Ausnahmsweise betrachtet es als Hut, der herumgegeben wird, wenn ihr ein kleines Dankeschön mitgeben wollt für mich und Elia und Karol Kasmonaut, der so nett ist, diese Videos für uns zu schneiden. Einen wunderschönen Tag euch allen. Danke. 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 Danke.